Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Nordic Dream. Der Nordic Dream ist ein schöner Long Drink für viele Anlässe. Für ein Glas werden folgende Zutaten benötigt. 5cl Wodka, 4cl Orangensaft, 1cl Zitronensaft, Maracuja-Saft, 1,5cl Grenadine, Scheibe Orange, Crushed Ice. Folgende Utensilien werden benötigt. Long Drink Glas, Stirrer, Barlöffel, Trinkhalm. Zubereitung Wodka, Orangen und Zitronensaft in ein gekühltes Long Drink Glas geben. Mit einem Stirrer verrühren, Crushed Ice hinzugeben, mit Maracuja-Saft auffüllen, mit einem Barlöffel die Grenadine vorsichtig in den Drink geben. Mit einer Scheibe Orange dekorieren, mit einem Trinkhalm servieren. Als Beilagen eignen sich Crackers, Erdnüsse, Kartoffelchips oder Salzstangen. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!